Die Scheibenheber der Fonttüren können vom Fahrerplatz aus mit einem Tastendruck verriegelt und mit einem weiteren Druck wieder entriegelt werden. Die Kindersicherungen der Fonttüren befinden sich an den Türen neben den Türschlössern. Die zweigeteilte Rücksitzlehne kann wie üblich manuell entriegelt und von Hand umgelegt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017